Könnt ihr mal ein Foto schießen? Okay, mach ich. Ich wollte dir zwar helfen, aber vielleicht sonst besser ein Foto zu schießen, oder? Ja, ich wollte dir helfen. Sieht vielleicht ein bisschen unbeholfen aus. Du musst noch ein bisschen im Spagat bleiben. Es gibt die besonders erotische Note. Du hast halt noch eine Rose an. Ah! Häng ich an den Berg. Du machst Witze. Ohhhh! Ich habe ihm eine Draht. Ich mache ihm einen Schlag. Schade es. Ich habe diese Mascher gemacht.